Ich werde das regeln. Für uns alle. Wenn das alles vorbei ist, mache ich mit meiner Musik weiter. Ich habe Zeit, während Genki Finn aufspürt. Ich sollte mal die App checken, ob jemand Hilfe braucht. Da läuft ein Eindruck. Dann mal los! Ich habe eine Bedeutung. Das war's für heute. Brechen die Typen da tatsächlich die Tür ein? Das spürt dich nicht. Soll ich mich jetzt schuldig fühlen, weil ich meinen Kockbruder anlüge? Ich glaube, du sollst... Weiter renn! Echt jetzt? Wegen dem Einbruch! Hast du nichts Besseres zu tun? Komm schon. Die Leute an Weihnachten ausrufen? Gar nichts. Geht's mit der Überzahl! Geht's! Hab ich nicht! Halt still, verdammt! Ist das wirklich nicht der echte Spider-Man? Zeit für eine Lektion! Verzieh dich, meine Kinds! Versucht doch hartzureichen! Und wehe, ich erwische euch nochmal bei sowas! Ja! Das klang gut! Entflohene Häftlinge und Geisel hol ich mir! Ich stehe das! Ich stehe das auch! Ich bin ein Tourist! Stimmt's, Tourist! Einfach ruhig bleiben! Nur schön ruhig! Wenn ich was im Raft gelernt habe, dann wie man die Situation kontrolliert! Hörst du? Leute wie ich können Situationen kontrollieren! Ja? Ja! Ich mache hier Kunst, Spider-Man! Kümmer dich um deinen Kram! Heute ist deine fürchterliche Kunst leider mein Kram! Wenn du schlau bist, verziehst du dich! Zeig dir, was du kannst! Weakbar! 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 Did you guys miss out of your mind? Ach, du weakbar! Sieh! Hier ist alles an der Wienerback! eine vom underground gehackte werbetafel da sollte ich mich drum kümmern der underground muss hier sein wenn sie die werbetafel der hacken ich empfange ein störsicht und erfasst was soll das mit der werbetafel als einschüchterung bringen sie ein album raus da ist der underground wahnsinn wie schnell die werbetafel wirkung gezeigt hat ja die leute scheinen völlig ich auch was auf dass das signal stabil bleibt schon in den nachrichten nein aber in den sozialen medien geht ab wir haben angst wenn sie das noch schon anscheinend werden sie ihr blaues wund einleben Oh Erbetafeln? Ist euch das nicht zu billig? Ja Jetzt muss ich den Transmitter lahmlegen Freundliche Spinne aus der Nachbarschaft 1, Underground Werbekampagnen 0 Ein Fiestfahrer steckt im Laster fest, Beeilung Erbetafeln Der Fieslaster darf nicht geplündert werden. Wir brauchen die Vorräte. Wir müssen den Menschen antun. Sie haben ihre Freunde gerufen. Und es euch für sie ist wieder. Wir brauchen die Runde. Verdammt! Ich war der auf den Schlaf! Komm rein! Mist! Ich muss helfen! Ich habe einen Treuer, wenn du siehst! Er fällt! Zeit, ich endlich! Die Tür auf! Sand, das du gehst! Pass bloß auf! Meine Güte! Warum sind das so viele? Mach auf! Da passiert keine was! Der ist noch! Spiderman ist vor Ort. Der ist noch nicht aufreffen. Das waren alle. Kannst rauskommen. Danke. Und jetzt schwing weiter. Das sieht so verdammt cool aus. Wir sind die Polizei. Kein Spider-Man-Aufräum-Kommando. Hey, ich hab Fins Versteck. Das Oscorp Science Center. Es wird gerade renoviert. Der Energiekonverter, für den wir damals den Preis gekriegt haben. Damit will sie das Nupho instabil genug machen, um die Rockstone-Plater hochzujagen. Oh. Als ob sie dir eins auswischen wollte. Vielleicht will sie das. Danke, Genki. Das ist mein Job. Apropos, wird Zeit, deiner Mama der Evakuierung zu helfen. Bis später. Okay. Oscorp Science Center. Fins muss wissen, was passiert, wenn sie ihren Plan durchzieht. Und wenn sie nicht hört, nehme ich das Nupho mit und vernichte es. Der Spider-Man? Nicht einer von den Typen vom Times Square? Er muss es gewesen sein. Der Anzug sah viel zu früh. Machen Sie die Schotten dicht, Leute. Der lange vorhergesagte Sturm des Jahrhunderts. Ein üdler Schneesturm zieht heran. Kaufen Sie ja genügend Vorhälter ein. Meine treuen Zuhörer haben sicher schon jede Menge Jamesons Jerky, das länger hält als jeder radioaktive Fallout. Übrigens schlechte Nachrichten, falls sie vorhatten, mit den Schwiegereltern zur Trinity Church zu gehen. Teile dieses Heiligen Wartzeichens sind jetzt nur noch Stunden, nachdem Spider-Man und Tinkerer sich dort wieder einmal geprügelt haben. Zum Glück konnte Roxxon den Tatort schnell sichern. Derzeit weiß niemand, wo sich die beiden maskierten Missepläte aufhalten. Aber wichtiger ist, dass Roxxon sich großzügigerweise bereit erklärt hat, die Kosten für den Wiederaufbau zu übernehmen, obwohl sie den Schaden gar nicht selbst verschuldet haben. Von dieser Art Selbstlosigkeit brauchen wir zu dieser Jahreszeit mehr, Leute. Roxxon steht jetzt schon auf meiner guten Liste. Dreimal sollten Sie raten, wer auf der schlechten Liste steht. Alle fangen mit Spider an und hören mit Man auf. Okay, jetzt kommt die große Nummer. Bei dieser Herausforderung sind alle Kontrollpunkte aktiviert. Du musst dir die schnellste Route suchen. Geh zur Markierung, um loszulegen. Nur zu, Pete. Auf geht's. Du brauchst alle Kontrollpunkte. Lass keinen aus. Einfach planen und ausführen. Mit einer Millisekunde Spielraum für Film. Kein Problem. Kinderspiel. Rett und weiß, weiter so. Hör auf deinen Bauch. Eine schwingende Herausforderung, bei der es um spontane Problemlösungen geht. Guter Lehrer, Pete. Hast geschafft, Mike. Bleib am Eis. Ich wusste den Central Park vorher nie wirklich zu schätzen. Jetzt liebe ich ihn. Sind das gebrannte Mandeln? Oh Mann. Darauf hätte ich jetzt... Moment. Nein. Konzentration, Mann. Ich habe ihn an den Zweiten, dass du spektakuläre Leistungen zeigen würdest, Miles. Geh deinen Weg. Herausforderung. Fertig. Invertiere die Netzschießerdüse. Ist ein Trick. Vertrau mir. So hast du in der Luft Schuhkraft für einen zweiten Schwung. Ein echter Lebensretter. Invertieren? Wirklich? Aber wird das... Oh, er hat recht. Absolut recht. Schlau. 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 Das war's für heute. Ich kann das bestimmt besser gebrauchen. Dass ich das überhaupt sagen muss? Keine Helis hängen! Sorry, mach das hier fertig. Es geht ein gegen Gerot. Rockstar? Ich glaub nicht. Es ist so hingefurscht. Hier ist jetzt Sendepause! Du hältst uns nicht auf! Wie vieles weiter sollte es gibt es denn? Gut, dann weiter mit dem Transmitter. Das wäre eine. Aber der Heck läuft wohl immer noch. Ja. Ja. Ich muss noch mehrfach das Wetter rausschalten. Du bist tot! Du hältst uns nicht auf! Erst den Underground, jetzt den Transmitter. Du hast keine Chance! Ja, warte! Zwei Jahre jubelst dich. Zwei Jahre jubelst dich. Was ist das? Okay, dann jetzt weiter mit dem Transmitter. Der Hack ist Geschichte. Danke. Weißt du, ich muss zwar dem Boss gehauen, aber du bist echt in Ordnung. Du solltest jetzt gehen. Alles in Ordnung. Der Hilly kann New York nicht mehr anhaben. Der Hilly kann nicht mehr anhaben. Ich kann dich da nicht loslassen. Lass Krieger und Tinkerer das ausfechten. Du kannst wieder Spider-Man sein, wenn das hier vorbei ist. Ach, ich soll mich hier verkriechen? Ich kann mir meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich muss Finn aufhalten. Nein, du musst überleben. Ich wollte dir das beibringen, aber du hörst nicht zu. Du willst also, dass ich überlebe und verrätst mich an Krieger? Das war kein Verrat. Klar. Ich mein's ernst. Du solltest nicht geschnappt werden. Krieger hat mich verarscht. Du wolltest Kontakt zur Familie. Und das kommt dabei heraus? Ich rette dein Leben. Du spürst mich in eine Zelle. Um dich zu schützen. Das verstehst du unter Schützen? Verdammt, Miles. Ich will dich nicht auch verlieren. Und ich lasse nicht zu, dass andere meinetwegen sterben. Du hast mich unterschätzt. Verdammt, nein! Keine Wehr-Arenne jetzt! Ich will nicht, aber hier kann ich nicht bleiben. Dann tue ich, was ich tun muss. Mich schützen! Seine Tan-Technik. Ich muss sie kurz schließen. Dir geht es nicht um mich, sondern um dich. Du hast Angst. Gebt los, ich will die Schuld. Gebt los. Gebt los! Was verstehst du endlich, dass ich für diese Stadt kämpfen muss? Was wirst du verstehen, dass du das nicht kannst, wenn du tot bist? Und ich will alle anderen retten Ich muss es versuchen Er lehrte mich meine Belange zurückzustellen Du kapierst nicht wie die Realität ist Nicht wenn wir sie besser machen Du verstehst nicht Du hast immer nur für dich selbst gekämpft Vielleicht bin ich selber als noch am Leben Finn weiß nicht was sie gleich tun wird Ich werde dich dann nicht wieder rauslassen Ich werde dich dann nicht wieder rauslassen Du stellst dich gegen den, den du mit schlagen kannst Und wer hat das noch gemacht? Sag nicht, sei nach Soll deine Mom dich auch begraben? Das lass ich nicht zu Hologramme? Mehr Technik von deinen Rockstone-Freunden? Ich packe mich an Du kannst nicht mehr Du bist der E-Tippe Immer noch ein Kind, der Spider-Man-Beleer ist Nein Aber ich weiß, dass die Leute zu mir aufschauen Was bist du, Schuber, ohne deine Kraft? Du hättest mich wie ein Spider-Man akzeptiert Das Risiko, dass ich eingehe Du hast recht Ich habe schon genug tote Helden in meiner Familie Nein Guck Du kannst dich nicht mehr werden Ja Ah 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 Wie weit will es noch gehen? Ich will dich umbrechen, um der Maske würdig zu sein Wenn es sein muss Ah 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 Ich tue, was ich tue nun! Genau wie du! Ich weiß, ich hab's versaut. Du bist enttäuscht. Aber wir sind Familie. Familie? Und trotzdem hast du mich belogen, mich manipuliert, mich bekämpft. Familie zu sein, das macht das nicht wett. So muss es doch nicht sein. Du, ich, dass wir uns hassen. So war es auch zwischen mir und deinem Dad. Ich will das nicht wiederholen. Ich auch nicht. Aber ich werde nie so sein, wie du mich haben willst. Ich muss helfen, wenn ich gebraucht werde. Ich will's einfach besser machen. Genki, mein Onkel hat mich entführt. Und eingesperrt. Was? Geht es dir gut? Wir haben gekämpft. Ich sagte, ich sei fertig mit ihm. Für immer. Tut mir leid. Das... das war sicher nicht einfach. Ich musste es tun. Ich bin unterwegs zum Science Center. Melde dich, wenn's in Harlem eng wird. Mach ich. Viel Glück, Spider-Man. Komm schon, Finn. Hier ist Finn. Hinterlassene Nachricht. Irgendwann höre ich sie ab. Hier ist Miles. Ich weiß, ich bin der Letzte, mit dem du reden willst, aber du musst mir zuhören. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wenn er in Kontakt mit instabilem Noform... Die Länge ist... ...die Länge ist... Der Nachricht-Kadess-Nutzeile wird überschritten. Bitte legen Sie auf. Ich rufe Sie später an. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.